Ja, da würd ich's doch glatt mal sagen, äh, da war dann der Erste, der quasi in Richtung Alp gegangen ist und es leider aber nicht geschafft hat, so wie's aussieht. Sonst wird er ja nicht hier rumliegen. Tipp ich mal drauf. Ganz gut und dir, danke auch soweit. Strammes Programm hab ich wieder. Heute streamen, morgen streamen, Samstag streamen. Meine Fresse. Langsam wird's hier richtig, äh, es artet langsam mit richtig in Arbeit aus. Aber ist cool, macht Spaß. So, zwei tot, wunderbar. So, kann ich dann jetzt hier mal in Ruhe so und so. Also in Ruhe looten und so, das wär echt nice. Misttücher. Ah, guck mal an, hier haben sie auf jeden Fall die Dinger hergestellt, ne? Die Gitter. Alter, Alter. Köcher, nice. Ah. Hier unten war noch ein Terrorvogel. Hier ist eine Leiche. Hier ist eine Leiche. Plünderer. Plünderer. Noch ein verbrannter Plünderer. Hei, Karame. So. Elektroschrott. Na, Hofda. Ah, Soda. Hey, nicht so, oder ne Pause. Hab ich momentan sehr wenig Zeit für. Alex, ganz ehrlich. Dadurch, dass ich nebenbei noch, äh, meine Umschulung mache. Ich komm nach Hause gegen vier, halb fünf. Spätestens fünf. Und da ich ja derzeit viel am streamen bin, bin ich froh, wenn ich da mal Ruhe hab. Ah, das wird sich bestimmt noch irgendwann anrichten lassen. Das dürfte, glaub ich, das kleinste Problem sein. So. Ah, guckt euch das mal an, ey. Überall diese Gatter, ey. Unglaublich. Das ist ja in die Ernst. Nichts mal, Baby. Uuuuuh. Wow. Wow. Macht mir ein bisschen zu viel Schaden, als Drecksfliehen. So, aber nicht, Freundchen. Ja, momentan ist einfach wirklich, ist... Nur am, ähm, am momentieren. Enten, wenn ich nach Hause komme, bin ich eigentlich direkt schon fast am streamen dran. Au, shit. Und tschüss. Nö. Eher nicht. Ähm. Ähm. Ne, ne, da ist so ein, da ist so ein Molch. Lass mal. Muss nicht sein. Haha. Brauch ich nicht. Aber sonst geht's euch gut allen dreien. Slotter. Bratwurst. Äh, Bockwurst. Und Alex. Ich hoffe, eigentlich ist alles im guten Bereich bei euch. Ah, da sind auch noch... Ah, guck mal da. Vier Viecher insgesamt. Äh, kannst du knicken. Kannst du sowas von knicken? Vor allen Dingen diese kleinen Viecher, die können Fernangriff machen. Oh, oh, oh. Nicht gut. Nicht gut. Immer noch Schmerzen. Ach, meine Güte. Ja, gute Besserung, mein Lieber. Nicht gut. Ah. Rominöser Zettel. Rominös, ominös. Ah, den hab ich auch schon mal gefunden. Tatsächlich. Dich hol ich mir. Oh, hi. Hättet ihr mich besser mal in Ruhe gelassen, Leute. Selber schuld. Keine Spur von den Eips. Geh, hier sind sie auch nicht. Geht sofort weiter. Geht sofort weiter. Jagdbogen. Da ist sie. Bist du dir sicher, dass wir da hinwollen? Erstmal alles einsammeln. Das übliche. Erstmal alles looten, was man finden kann. Kann man alles verkaufen. So. Nochmal klebernd. So. Nochmal klebernd. Und holzschild. Okay. Und holzschild. Okay. Hm. Ich komme nicht mehr durch. Die Straßen sind komplett dicht. Überall Leute. Was ist das? Dahinten hat sich ein Mob zusammengetan. Was? Das sieht übel aus. Ich muss Schluss machen. Das war glaube ich so die letzten Momente von diesem Dörfchen hier quasi. Ja, John, hättest mal aufgepasst, wüsstest du es. Edge. Oh, diese Asseln, ne? Die sind ja Hammer. Mega fette Viecher. Unfassbar. Da war noch ne Sprachnachricht, wenn ich so ziehe. Ja. Ich kann nicht glauben, für welchen Unsinn sich die Nachrichten mittlerweile hergeben. Ein Meteor. Als ob in den nächsten Monaten wirklich irgendwas passiert. Erstmal abwarten. Bald geben sie bekannt, dass es eine Fehlmeldung ist. Wir werden auf keinen Fall in Panik verfallen. Wir lassen die Kinder in der Schule. Heute Abend wird der ganze Schwuck wieder vorbei sein. Okay. Du, John, ganz ehrlich, ich weiß es grad nicht. Wie viel ich gestorben bin, wie viel ich nicht gestorben bin jetzt gerade. Da achte ich jetzt gerade nicht so wirklich drauf. Da habe ich mich eigentlich auf dich gerade verlassen. Mein Lieber. Zu einfach. Aber ich glaube, wenn maximal einmal, glaube ich. Großer Elexbeutel. Lebenskraft. Aha. Einfach so zu demsel. Die Manus von 50% auf alle Erfahrungen. Und ich habe für 25 Sekunden 100% plus 100% Lebenskraft. Interessant. Bei dem Besen lassen wir jetzt mal Besen sein. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oh, halt. Da war doch was. Hochleistungssuppe. Okay. Interessant. Ja, wie gesagt. Ich glaube maximal einmal. Bin aber jetzt nicht sicher. Weil ich mich hier eher auf das Spiel konzentriere. Ich versuch's, Saiki. Ah, guck mal, da sitzt jemand. Freund oder Feind? Passt schon. Was meinst du, warum ich gerade so oft sterbe? Wo stirbst du denn? Ach ja, in DVD spielst du ja richtig. Ach, hier ist schon wieder einer unter... Ach. Hier ist schon wieder irgendeiner... Ne, warte mal. Das Mana muss fließen. Oric, Oric, Oric. Ach, du meine Güte. Das war doch der Händler, der da mit dem Outlaw gehandelt hat. Das war doch der, der mit dem Outlaw gehandelt hat. Haben sie dann doch hier reingeschickt. Cool. Na, attackiert ihr mich oder nicht? Ja. Wow. 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 Oha. Oha. Da haben wir schon mal weniger. Alter, der haut aber auch einen Schaden raus, der Typ. Ist ja unglaublich. Hey Karamba. Unfassbar, Mann. Da wirst du nebenbei noch verstrahlt und alles. Fasset ja wohl. Ayi, 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 ayi. Böser Aussätziger. Okay, hier ist nix. Nö! Tja John, zu früh gefreut. Aber nur fast, ja. Ja, fast hätten sie mich auch gehabt. So ist ja nicht. Viel hat ja nicht gefehlt. Uuuuh. Verlockende Ilex-Ader, verlockende Ilex-Ader. Oh no! Nicht gut. Schade, Manu. Wow. Das Mana muss fließen. Das Mana muss fließen. Der hört sich an, als wenn er grade besoffen wär oder unter irgendwelchem Einfluss. Das Mana muss fließen. So. Jut. Ja, den Besen lass mal stehen, hab ich keinen Bock mehr drauf. Ich hab glaub ich schon genug Besen dabei. Brauchen wir keinen mehr. Ja. Du 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 du. Ja. 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 Ja.